Hast du gewusst, dass eine zu hohe Dividendenrendite bei Aktien eigentlich eher ein negatives Zeichen ist? Denn wenn ein Unternehmen zu viel seiner Gewinne ausschüttet in Form von Dividenden an seine Aktionäre, sagen wir mal 80, 90 oder sogar 100% aller Gewinne ausschüttet, dann fehlt dem Unternehmen schlussendlich ja dieser Gewinn, um weiter zu investieren, um weiter wachsen zu können. Und dann wird natürlich auch der Aktienkurs sich nicht mehr allzu stark weiter nach oben bewegen, sondern wird eher vor sich hin dümpeln und die Gefahr besteht sogar, dass die Aktie dann früher oder später mal fällt, wenn dann auch die Gewinne nicht weiter angekurbelt werden können und zum Beispiel andere Unternehmen dadurch interessanter werden.